Guten Morgen euch auch von mir, schön euch zu sehen. Ja, ein paar Leute sehe ich nicht, aber ich grüße euch trotzdem. Ihr seht mich, aber... Ja, lasst uns Gottes Wort lesen, Gottes Wort über Gottes Wort nachdenken. Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 18 und wir wollen die letzten Verse noch einmal ein bisschen mehr bedenken, weil Gott da vieles Wichtiges uns zu sagen hat. Sprüche 18, Vers 22. Wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Das Erste, was hier mir wichtig ist, was mir auf dem Herzen ist, unseren Schwestern hier zu sagen, eine Frau ist was Gutes. Ich hoffe, das weißt du. Wenn du es noch nicht gehört hast, ja, es ist was Gutes. Wisst ihr, das ist wichtig, dass wir daran festhalten, dass wir das bedenken, dass wir darüber nachsinnen. Es gab diesen Moment in der Schöpfung, wo Gott seine Schöpfung betrachtet hat und das einzige Mal, während er die Welt geschaffen hat, gesagt hat, das ist nicht gut. Und es war nicht gut, weil die Frau fehlte. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, lesen wir das. Erste Buch Mose, Kapitel 2, Vers 18. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch, und hier steht Adam, allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott hat dann die Frau geschaffen und Gott betrachtete sein Werk und sagte, siehe, es ist alles sehr gut. Gott hat euch Frauen geschaffen und das ist sehr gut. Das Schlimme und das Furchtbare ist, durch den Sündenfall ist unsere Perspektive verzerrt. Wir hören die Worte von Adam und Adam sagt, das war gar nicht gut, dass du die Frau geschaffen hast, Gott. Aber Gott hat das nicht gesagt. Es war Adam in seiner Sünde. Bevor er gesündigt hatte, war seine Haltung ganz anders. Er hat gesagt, da ist endlich Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Da ist sie endlich. Es war sehr gut. Es ist wichtig für euch Frauen zu wissen, ihr seid wertgeachtet in Gottes Augen. Dass ihr da seid, ist Gottes Wille und er hat es gemacht im Ursprung, im Anfang, weil das sehr gut ist, dass ihr da seid. Lasst euch nicht eine Lüge aufbinden. Ihr seid nicht defizitär, ihr seid nicht weniger wert. macht euren Wert nicht fest an dem, was Männer über euch sagen, sondern macht euren Wert daran fest, was Gott über euch sagt. Das ist ganz wichtig. Und Gott sagt den Ehemännern, und ein paar sind ja auch hier oder auch vor den Bildschirmen, Gott sagt den Ehemännern, wenn du eine Frau gefunden hast, wenn du eine Frau hast, dann hast du was Gutes gefunden. Und du hast wohlgefallen beim Herrn. Denn Gott hat dir etwas Gutes geschenkt. So war es hier am Anfang. Gott hat gesehen, Adam ist alleine. Das ist nicht gut. Er braucht eine Hilfe, er braucht ein Gegenüber. damit er seine Bestimmung ausleben kann. Das ist es. Gott hat uns ja geschaffen. Gott hat Adam damals geschaffen und er hat ihn geschaffen mit einem Ziel, mit einer Bestimmung. Was war seine Bestimmung? Er sollte sein Ebenbild sein. Und um diese Bestimmung auszuleben, fehlte was. Er konnte nicht das sein, was er sein sollte, alleine. Er konnte nur das sein, was Gott vorherbestimmt hatte, durch die Frau. Nur durch sie konnte er seine Bestimmung leben. Ebenbild des dreieinigen Gottes zu sein. Ebenbild des Gottes zu sein, der die Liebe ist. Und das ist das Geheimnis, was dann kommt. Als Gott dann die Frau geschaffen hat, heißt es im Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das heißt, die Bindung, die natürliche Bindung, die ein Mensch von Geburt an hat, nämlich zu seiner Mutter und zu seinem Vater, sie muss gelöst werden. Um eine neue Bindung einzugehen, das Wort hier anhängen, kann man auch anhaften übersetzen, um sich an jemand anders zu kleben. Und zwar mit Dauerkleber, mit dauerhaftem Kleber. Sekundenkleber. So. Sekunde drauf und kriegst du nicht mehr auseinander. Und die Bestimmung erfüllt sich darin, dass sie zu einem Fleisch werden. Sie sind nicht mehr zwei, sondern eins, sagt Jesus. Und das ist das Ebenbild Gottes, diese Einheit in der Liebe. Zwei verschiedene Personen werden zu einem Fleisch, werden zu einer Einheit. Das ist was Gutes. Das ist was Gutes, was Gott geschaffen hat. Die Ehe ist was Gutes. jetzt steht in dem Vers, in Sprüche steht dann, wer eine Frau gefunden hat. Ja, wie finde ich denn eine Frau? Es gibt vielleicht auch den einen oder anderen hier, der Single ist. Der schöpfungsbedingt diese Sehnsucht danach hat, einen Ehepartner zu finden. Wie ist es passiert? Vers 21 von 1. Mose 2. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, auf Adam. Im Psalm 127 steht, Menschen machen sich solche Mühe und arbeiten von morgens bis abends spät und es ist alles vergebens. So viel gibt Gott seinen Geliebten im Schlaf. Und das soll für dich, der du eine große Sehnsucht nach dem Partner hast, das soll dich ermutigen. Komm zur Ruhe bei Gott, finde Frieden in ihm, warte auf ihn, er wird es wohl machen, sei stille dem Herrn, er wird es tun. Adam muss ganz ruhig werden, er muss endlich mit dem Streben aufhören, ja er muss sogar narkotisiert werden, dass er endlich mal stille wird mit seinem ständigen anbaggern und graben und tun und machen. Um Gott machen zu lassen. Wenn jemand so richtig heftig von dieser Sehnsucht getrieben ist nach einem Ehepartner, so ein junger Mann, der verschreckt die Mädels. die fühlen sich ständig irgendwie, dass der einem, der kommt einem zu nahe, nee, da bin ich weg. Wir müssen innerlich zur Ruhe kommen darüber und Vertrauen entwickeln, dass unser Papa im Himmel für diese Dinge sorgen möchte, auch für diesen Menschen, mit dem ich mich verbinde, mit dem ich mit diesem Bund eingehe, diesen lebenslangen Treuebund, um meine Bestimmung zu erfüllen, für einen Menschen da zu sein, ihn zu lieben, für ihn zu sorgen, mich mit ihm zu verbinden, eine Einheit, eine neue Einheit zu bilden. Ich finde das interessant, wie Gott uns das zeigt hier, wie Adam eine Frau gefunden hat, dadurch, dass er sich von Gott zur Ruhe hat bringen lassen und einen tiefen Schlaf versetzt wurde. Und dann nahm Gott eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch und Gott der Herr baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen. Der Adam tut gar nichts. Gott bringt diese Frau zu ihm und er baut sie vorher, er formt sie und es zeigt uns Gott wie so ein Bildhauer, der das Material nimmt und daraus etwas Wunderschönes, ein Kunstwerk gestaltet und so sagt es Gott auch im Neuen Testament in Epheser 2, Vers 10 sagt er wir sind sein Kunstwerk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen und das zeigt diese beiden Seiten, Gott ist der Aktive, er wirkt an uns, er formt uns. Wohin hat schon jemand gebetet auch? Psalm 139, wir sind auch im Mutterleib schon, hat er uns gewebt, geschaffen, gemacht, er formt uns. Aber nicht nur wie er uns geschaffen hat im Mutterleib und zusammengesetzt hat und uns wachsen lässt körperlich, sondern ja auch unsere Lebensgeschichte, unser Charakter, unsere Seele, wir werden geformt über die Zeit hinweg. Unser ganzes Leben besteht darin, dass er uns formt, dass wir ein Kunstwerk werden und gleichzeitig ist es nicht so, dass wir die ganze Zeit auf dem Sofa sitzen und nichts machen, sondern wir wandeln in guten Werken, die er vorbereitet hat. Aber er ist der Handelnde, er führt, er arbeitet und wir können ruhig sein darin, dass er uns leitet. Wir brauchen nicht streben und uns furchtbar anstrengen, nein, wir dürfen von ihm empfangen. und dann führt er zusammen. Jesus sagt ja, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott soll der Aktive sein hier. Wir wollen Gott die Aktivität überlassen, auch in der Partnersuche. Das heißt nicht, dass wir nicht auch, wenn wir spüren und merken, Gott fügt mich, will mich hier mit jemandem zu, dass ich nicht auch mal ein Wort spreche, aktiv werde, darin jemand anders zu zeigen, dass ich ihn liebe und dass ich glaube, dass wir zusammen diesen Weg gehen können, diesen Lebensweg. Aber ich will uns darin ermutigen, Gott darin mit einzubeziehen, in diesen Weg hin zur Ehe, dass wir ihn nicht außen vor lassen, dass wir ihn nicht übergehen, dass wir nicht uns eigenmächtig so heißt es dann in 1. Mose 6, die Männer nahmen, sie nahmen sich Frauen. Dass wir von Gott unsere Frau empfangen, dann haben wir was Gutes empfangen. Er hat Gutes für uns. es geht auf der einen Seite diese Ruhe, diesen Frieden zu haben, dieses Vertrauen in Gott, dass er für meinen Mangel sorgt und dann mich auch formen zu lassen, dass ich für jemanden ein Segen sein kann in der Ehe. Gott will mich bauen, er baut die Frau hier so, dass sie für Adam eine wunderbare, gute Gehilfin ist. Und das fand ich gut in einem Ehebuch, was ich gelesen habe, gleich so auf den ersten Seiten in der Einleitung stand das drin, wir fragen oft danach, welcher Mensch ist der passende Partner für mich? Wer passt zu mir? dass das eigentlich die falsche Frage ist. Andersrum muss ich die Frage stellen, bin ich der Richtige für den anderen? Kann ich für den anderen derjenige sein, der für ihn da ist sein ganzes Leben lang? Gott will an mir arbeiten und mich formen, sodass ich für jemand anders da sein kann. Dass es etwas Gutes ist, die Ehe an sich, eine gute Einrichtung, das ist etwas, was vor 70 Jahren die Menschen, die das Grundgesetz erarbeitet haben, nochmal neu entdeckt haben. Die Ehe ist ja immer unter dem Angriff des Widersachers, steht immer unter dem Angriff des Widersachers, weil die Ehe eben so wichtig, so zentral ist, von Anbeginn der Schöpfung an, wurde die Ehe immer angegriffen. Und die Väter und Mütter des Grundgesetzes, sie haben gesagt, nein, die Ehe ist wichtig, sie muss geschützt werden, weil sie die Keimzelle der Gemeinschaft der Menschen ist, weil sie das Fundament der Familie ist. Deswegen muss die Ehe geschützt werden, der Schutz von Ehe und Familie, es ist nicht einfach nur Familie, sondern die Ehe muss geschützt werden. Es war eine wichtige Erkenntnis, die sie hatten damals. Aber im Laufe der Zeit ist das total untergraben worden. Wie gesagt, es steht immer unter Angriff, immer unter Beschuss. Bis dahin, dass heutzutage im Grunde nur noch es darum geht, die Familie zu schützen. Und Familie ist da, wo Kinder sind. Aber dass die Ehe gerade das Fundament für die Kinder ist, die treue Verbindung zwischen Mann und Frau, die Grundlage dafür, dass Kinder entstehen erstmal überhaupt und dann, dass sie auf eine gute Weise groß werden können, indem sie Vater und Mutter haben, die in Liebe miteinander verbunden sind, eine Einheit bilden. Das geht mehr und mehr verloren, diese Sichtweise. Es wird umgekehrt. Die Last liegt auf den Kindern. Sie sind es, die Familie sozusagen herstellen. Aber es ist ganz andersrum. Mann und Frau im Treuebund vereinigt. Sie sind das Fundament. Auf ihnen lastet die Verantwortung, nicht auf den Kindern. So sehen wir, eigentlich dieser gute Gedanke, dieser gute grundlegende Gedanke, er wird pervertiert, er wird auf den Kopf gestellt. Und die Leidtragenden sind die Kinder. Weil wir in unserer Sündhaftigkeit eben nicht die Treue halten können. Weil wir es nicht hinkriegen, eine Ehe zu führen, wie Gott es möchte. Sagen wir, okay, lass uns doch nicht heucheln, lass uns doch nicht so tun, als ob die Ehe jetzt das wunderbar ist. Nein, die Ehe ist doch kacke, lass uns das doch verändern. Aber die Leidtragenden sind die Kinder. Gott hat die Ehe am Anfang geschaffen und sie ist ihm so wichtig, dass er auch in die Zehn Gebote etwas dazu sagt. Du sollst nicht Ehe brechen. Die Ehe ist wichtig, besonders, sie ist in Gottes Augen gut, sie ist schützenswert. So hat Gott es am Anfang gesagt. Wir haben es in unsere Gesetze hineingeschrieben, aber wir verändern die Gesetze. Lass uns die Ehe in Ehren halten, wir als Kinder Gottes, wenn es die Welt dann nicht mehr tut. Lass uns die Ehe in Ehren halten. Lass uns das Wort annehmen, was Salomo uns sagt. Wenn du eine Frau gefunden hast, dann hast du was Gutes gefunden. Lass dich nicht dazu verleiten, dass du nach links und rechts guckst und sagst, der ist alleinstehend, der hat viel mehr Freiheiten. Er kann machen, was er will. Ich muss hier in der Ehe schuften. Ich muss immer für meinen Ehepartner da sein. Ich muss immer auf ihn Rücksicht nehmen. Die Alleinstehenden denken, nein, sowas denkt ein verheirateter Mann oder eine verheiratete Frau nicht. Die sind immer glücklich, die freuen sich, dass sie Partner haben, die sind nicht alleine. Nee, so ist es nicht. Können euch die Verheirateten hier sagen? Klar, sind wir froh, sind wir dankbar. Genau das will uns Salomo ja auch sagen. Sei froh, sei dankbar, genieße das, sei ermutigt, du hast etwas Gutes empfangen. Lass uns doch mal gucken, hier in Prediger, sagt Salomo noch ein paar Sachen mehr zur Ehe, Prediger 4, was denn diese Segnungen sind, warum es so gut ist, einen Ehepartner zu haben, eine Frau zu haben und er sagt es interessanterweise in Prediger 4 nicht allein auf Ehe bezogen. Man kann diese Verse tatsächlich auch auf einen guten Freund beziehen. Wir werden gleich auch noch am Ende von Sprüche 18 den letzten Spruch sehen, wo es um einen Freund geht, der uns näher ist als einem Bruder. Prediger 4, Vers 9, 2 sind besser daran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben, denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Was für ein Segen, wenn man jemanden an der Seite hat, der, wenn man gefallen ist, einen wieder aufrichtet. Wer aber dem Einzelnen der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten, auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm, dem Einzelnen, aber wie soll ihm warm werden? Da muss ich eine Heizdecke kaufen. Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Wenn du angegriffen wirst und jemanden zur Seite hast, der dich verteidigt, der sich einsetzt für dich, der mit dir gemeinsam kämpft, wie gut ist das? Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. Eine dreifache Schnur, das ist eine Schnur, wo du einen zentralen, dicke Schnur hast und zwei Schnüre noch drum herum gewickelt, ein festes Seil. Gott ist in der Mitte einer guten Ehe, so wie Gott sich das gedacht hat, Gott ist in der Mitte, die zwei verbunden miteinander sind um ihn herum gewickelt und diese Schnur reißt nicht leicht in zwei. Zwei Menschen, die durch die Liebe in Gott verbunden sind, das ist eine feste Einheit, sie sind ein Fleisch und das wird nicht leicht auseinanderreißen. Jetzt sagst du vielleicht, ich bin verheiratet, ja es ist ja schön und gut, das als etwas Gutes zu sehen, aber ich erlebe das nicht so. Ich erlebe das nicht so. Wenn ich falle, dann hilft mein Ehepartner mir nicht auf. Wenn mir kalt ist, mein Ehepartner wärmt mich nicht. Wenn ich angegriffen werde, dann tritt mein Ehepartner noch mit rein, anstatt dass er mich verteidigt oder mir hilft. Es kann sein, dass es so ist. Was sagt Gott uns aber durch Jesus, seinen Sohn? Er sagt, was du möchtest, was andere für dich tun, das tue du ihnen. Sei der Erste. Und das ist gut für uns, wenn wir Liebe üben. Wenn wir Gutes tun, ist es am Ende gut für uns. Weil wir unsere Bestimmung erfüllen, wozu wir geschaffen sind. Wir sind geschaffen zu lieben und Gutes zu tun. Und wir erfüllen unsere Bestimmung und Gott formt uns, indem wir in den guten Werken wandeln, die er vorbereitet hat. So tun wir das Gute und werden dadurch in Gottes Ebenbild verwandelt. Sein wunderbares Ebenbild, Jesus Christus, sein Sohn, der Gutes tat, obwohl ihm Böses getan wurde, der ihm geflucht wurde, gesegnet hat, der sein Leben hingegeben hat für die Menschen, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Wenn wir also ihm folgen, wenn wir uns formen lassen, so werden wir ein Segen für unseren Ehepartner sein und dann ist das gut. Es ist gut, dass dein Mann eine Ehefrau gefunden hat, die Jesus nachfolgt. Weil du nämlich dann derjenige bist, der wenn er fällt, ihm aufhilft. der wenn ihm kalt ist, ihn wärmt. Der wenn er angegriffen wird, mit ihm kämpft, für ihn kämpft. Wie gut ist es, dass er eine Frau gefunden hat wie dich. Wie gut ist es, wenn du ein Ehemann bist für deine Frau, auch wenn sie dich nicht so liebt, wenn sie dir eher Last ist. Wie gut ist es, wenn du derjenige bist, der für deine Frau kämpft, der sie wärmt, der sie aufrichtet. Das ist gut. Und lass uns darin wachsen, dass wir uns von Gottes Liebe so füllen lassen, dass wir so ein guter Ehepartner sein können, so wie Gott sich das am Anfang gedacht hat. Dann ist es sehr gut. Und das werden wir auch erleben. Das werden wir auch erfahren. Das werden wir auch schmecken. Zurück zu Sprüche 18. Sprüche 18, Vers 23. Mit Flehen redet der Arme, der Reiche aber antwortet mit Härte. So ist es in der gefallenen Welt. Die Reichen sind hart, machen sich hart. Gott will das aber anders. Gott hat das anders vorgesehen. Und lass uns ein paar Verse lesen dazu im ersten Timotheus Brief Kapitel 6. Viele von uns würden ja sagen, reich bin ich nicht. Aber man muss das immer relativ sehen. Wenn du dich ein bisschen umschaust auf diesem Planeten, dann wirst du eine Menge Menschen finden, die viel ärmer sind ganz einfach materiell gesehen. Darüber hinaus, was den geistlichen Reichtum angeht, den du hast in Christus, was sagt Gott? Er sagt, alles was meines ist dein. Was für ein krasser Reichtum. Wir sind reich gesegnet durch Jesus Christus, durch das ewige Leben, was wir empfangen haben, durch die ewige Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, wie reich sind wir. Was sagt Gott uns reichen? In 1. Timotheus 6, Vers 17, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gott hat dich reich gemacht, dann setz deine Hoffnung nur auf Gott und auf ihn allein. Nicht auf irgendwelche Güter, die du empfangen hast, die dir Sicherheit verschaffen. Nein, Gott ist deine Hoffnung. Reichtum, der kann dir, alles kann dir genommen werden, aber Gott selbst, wenn du ihn hast, dann hast du alles. Dann kann dir alles genommen werden und du bist immer noch reich. sei nicht hochmütig. Mit all dem, wo du mit gesegnet bist, du hast es ja empfangen, du hast es dir nicht erarbeitet und selbst wenn du vielleicht viel gearbeitet hast und dadurch ein großes Vermögen angesammelt hast, hast du es doch empfangen, denn die Kraft zum Arbeiten hat Gott dir geschenkt, die Möglichkeit eine Arbeitsstelle zu haben, wo du so gut Geld verdienen konntest, all das hat Gott dir geschenkt. Am Ende gebührt Gott die Ehre, wir können uns nicht auf die Schulter klopfen und das was wir haben, das haben wir empfangen. So sollen wir dann auch damit umgehen, nämlich wir dürfen es genießen, Gott schenkt uns, damit wir uns freuen, nicht damit wir ein schlechtes Gewissen haben, dass du reich bist, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, weil du reich gesegnet wurdest von Gott. Freu dich daran, genieße es, aber sei nicht hochmütig und hartherzig. Wenn du hochmütig und hartherzig bist, dann darfst du gerne ein schlechtes Gewissen haben, aber nicht, weil du reich bist, das ist nicht verboten. Das ist nichts Böses. Böse ist, wenn ich damit falsch umgehe, mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Was sagt uns Gott? Wir sollen Gutes tun, reich sein in guten Werken, freigiebig sein, mitteilsam. So sollen die Reichen sein. Wissen, der Reichtum, das ist nicht meins, in dem Sinne, dass ich es habe und dass ich das nie wieder hergebe, nein, der Reichtum besteht gerade darin, das, was ich empfangen habe, weiterzugeben, ein Kanal zu sein für die Liebe Gottes. Das ist wahre Reichtum. Indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Das wirkliche Leben besteht nicht darin, reich zu sein und viel zu konsumieren, nein, geben es seliger als nehmen. Und da sammle ich Schätze im Himmel, Freude. Im Gutes tun werde ich Schätze im Himmel sammeln, an denen ich mich ewig erfreuen kann. All den Segen, den ich weitergeben durfte, das wird meine Freude sein. All das, was dieser Segen, den Gott mir gegeben hat und den ich weitergeben durfte, was der alles bewirkt hat, das werde ich alles sehen dürfen. Und das wird so eine Freude sein, die wird mich so erfüllen. Das sind die Schätze im Himmel, die ich sammle. Lass uns so mit unserem Reichtum umgehen, auch jetzt in diesen Weihnachtstagen. Vers 24 von Sprüche 18 Manche Gefährten schlagen sich, aber mancher Freund ist anhänglicher als ein Bruder. Ich finde die Schlachter Übersetzung hier schöner im zweiten Teil des Verses, aber da ist ein Freund, der ist anhänglicher als ein Bruder. Es gibt diesen Freund. Und das Wort Freund hier, das hängt zusammen mit dem Wort Lieben. Es ist ein Liebender. Ja, diese Anhänglichkeit, die von der hier auch die Rede ist, dieses Anhängliche, das ist dasselbe Wort, das ist das Adjektiv zu dem Wort anhängen, anhaften, was in 1. Mose 2 steht. Also du kannst es auf die Ehe übertragen, aber es ist eigentlich noch viel deutlicher, viel klarer, dass hier prophetisch unser Herr Jesus Christus gemeint ist. Es gibt einen Liebenden, der hängt fester an dir als jede familiäre Bindung. Und Jesus war darin auch knallhart. Er hat gesagt, verlass Vater und Mutter. Verlass deine Geschwister. Ja, an einer Stelle steht es über verlass die Frau und folge mir nach. Krass. Er ist dieser Liebende, der will dich ganz haben. Ganz für sich alleine. und damit ihr merkt, dass ich hier nicht Quatsch erzähle, lassen uns mal 1. Korinther 6 aufschlagen. 1. Korinther 6. Es geht Paulus hier um das Thema Unzucht. Pauneia. Unsere Sehnsucht nach einem Partner hat auch eine körperliche Seite, die Sehnsucht danach, sich zu vereinigen mit einem anderen Menschen. Aber unter der Herrschaft der Sünde ist alles verdreht, ist alles verdorben und unsere Sehnsucht nach der Vereinigung mit einem Menschen ist abgekoppelt, losgelöst von dem Verlangen, Gott zu verherrlichen und diese Vereinigung im Rahmen der von Gott gegebenen wunderbaren Einrichtung der Ehe auszuleben. So leben wir in Unzucht, leben unsere sexuelle Begierde in anderen Arten und Weisen aus. Und Paulus sagt hier in 1. Korinther 6, Vers 16 Wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Er wendet hier diese Verse an und sagt dann auch weiter in Vers 16 Denn es werden heißt es die zwei ein Fleisch sein. Er bezieht jetzt also diese Verse in 1. Mose 2 auf die körperliche Vereinigung zweier Menschen, die außerhalb der Ehe stattfindet. Er sagt, selbst da finden wir diese Vereinigung führt zum Eins werden. Sie werden eins. Du wirst eins mit der Hure, du wirst eins mit diesem Menschen, obwohl du gar nicht mit dem verheiratet bist. Ihr geht auseinander und habt wieder andere Partner und vereinigt euch mit irgendwem anders. Das geht nicht, das kannst du als Kind Gottes nicht machen. Denn in dem Moment machst du dich eins mit einem Menschen, der nicht eins mit Gott ist. Und dann sagt er, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und hier wendet er diese Verse auf eine geistliche Tatsache an. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, wenn du ein Christ geworden bist, dann hast du den Herrn Jesus in dich aufgenommen. Der Heilige Geist hat Einzug genommen in dir, hat Wohnung genommen in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Er ist hineingekommen und diese Worte hier, die sagen so etwas aus wie du hast den Herrn geheiratet. Du bist eins geworden mit ihm. Dein Geist hat sich vereinigt mit dem Geist Jesu. Das ist jetzt eine Einheit, das ist ein Geist. Paulus sagt es in Römer 8, er sagt, der Heilige Geist bezeugt mit unserem Geist zusammen, dass wir Kinder Gottes sind. Da spricht er von dieser Vereinigung. Wisst ihr, ohne Jesus ist unser Geist tot. Aber durch das Evangelium wurde unser Geist lebendig gemacht und wir haben Jesus im Glauben angenommen, aufgenommen. Das heißt, unser Geist ist mit seinem Geist verschmolzen. zu einer Einheit geworden. Wisst ihr, was das bedeutet? Du hast einen Freund, der ist dir näher als jeder Bruder, der lebt in dir. Du bist mit ihm verbunden. Du hängst an ihm, wie er an dir hängt. Und dieser Freund, er ist so treu, Jesus ist so treu, er hängt an dir in aller Ewigkeit. Und dadurch, dass sein Geist in dir lebt und dein Geist mit ihm eine Einheit bildet, sagt Paulus in Römer 8, wird um dieses Geistes willen, wird er unsere sterblichen Leiber vom Tod auferwecken, sodass wir ewig mit ihm leben. Und zusammen bilden wir die Braut Christi, die in Ewigkeit mit ihm vereint sein wird, als ewiges Ehepaar. Aber hier sagt Paulus, jede einzelne, jede einzelne Seele, jeder einzelne Mensch, mit seinem Geist ist er eins geworden, mit dem Geist Jesu. So bist du nicht mehr alleine. Selbst wenn du ein Alleinstehender bist, nie verheiratet warst, durch Jesus, Jesus ist in dein Leben gekommen, in dich hineingekommen und du bist nicht mehr alleine. Du hast Jesus, du hast dich an Jesus gehängt. Du hängst an Jesus und Jesus hängt an dir. Ihr seid ein Geist. So wird es sein, wenn ich jetzt, wenn alle das hören hier und alle, die hier sitzen, auch im ersten Gottesdienst und auch alle, die zuschauen, wenn wir jetzt sagen, am Donnerstag machen wir einen Gottesdienst für Alleinstehende, da kommt keiner. Weil es keine Alleinstehenden gibt. Wir haben einen Freund, der ist uns näher als jeder Bruder. Wisst ihr, du kannst in der Ehe so einsam sein, weil dein Ehepartner dir so fern ist. Die Ehe ist nicht die Lösung deine Einsamkeits Probleme, sondern Jesus ist die Lösung. Er ist der Freund, der dir näher ist als jeder Bruder. Wenn du ihn hast, dann hast du alles. Und wenn das verschütt gegangen ist, wenn das irgendwie zugeschüttet ist in deinem Leben, dann entdecke das jetzt neu, in diesen Tagen der Einsamkeit, entdecke das neu, dass du einen Freund hast, der dir näher ist als ein Freund, der dich wärmt, wenn dir kalt ist, ein Freund, der dir aufhilft, wenn du niedergefallen bist, ein Freund, der dich verteidigt, der für dich kämpft, wenn du angegriffen wirst. Das ist unser Jesus. Das ist mein Herr. Paulus hat es auch an anderer Stelle gesagt, ja, ich lebe jetzt nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch im Glauben lebe, im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und das ist diese Freude eines Mannes an seinem Eheherrn, wenn du so willst, an seinen Geliebten. Versteht es nicht falsch, versteht es richtig bitte. Er ist echt der Liebhaber unserer Seele. und alles. Und er will es sein, er will dir das geben, was du brauchst, wonach du dich sehnst, in deiner Seele, tief drinnen. So hat Paulus es auch erlebt, damit möchte ich schließen, 2. Timotheus 4. In seinen letzten Lebenstagen schreibt Paulus an Timotheus in der Ferne, er schreibt von all den Freunden, von all den Wegbegleitern, die ihn verlassen haben, die ihn im Stich gelassen haben. In den schwersten Tagen seines Lebens, er hat es wie Jesus erlebt, er hat sich immer danach gesehen, er hat gesagt, ich möchte so wie Jesus, ich möchte eins werden mit Jesus, so wie er im Geist schon eins mit ihm ist, möchte ich ganzheitlich mit ihm eins werden. und dann sagt er, ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erleben, aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden und das hat Paulus dann auch tatsächlich erlebt. Bis dahin, dass er vor Gericht gestellt wurde und ihn alle im Stich gelassen haben, so wie Jesus. So beschreibt das hier in 2. Timotheus 4. Bei meiner ersten Verteidigung, Vers 16 ist das, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Aber guck mal, das Wesen Christi hat in ihnen so gestalt geworden, dass er darüber nicht bitter ist. Er klagt die anderen nicht an, sondern er sagt, es werde ihnen nicht zugerechnet. Ich habe ihnen allen vergeben. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Sein Freund hat ihn nicht verlassen. Sein geliebter Herr Jesus hat ihn nicht verlassen und hat ihn gestärkt in diesen Angriffen, hat er mit ihm gekämpft, hat ihn verteidigt, damit durch mich die Predigt vollbracht wurde und alle, die aus den Nationen hörten und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hinein retten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.